Herzlich Willkommen zurück! Wir ragen wieder ein bisschen. Auch schon wieder zwei Tage her für mich. Für euch natürlich nicht. Obwohl doch, für euch auch. Ich bringe ja nur alle zwei Tage in die neue Folge. Ha! Sehr cool! So. Genau, auf welcher Mission sind wir hier eigentlich gerade? Weiß das jemand? War das die mit dem Funkturm? Ähm, ja. Richtig, wir müssen zum Funkturm. Der lädt hier gerade noch ein paar Texturen nach, so wie es aussieht. Hey, was sind denn das für Kraftausdrücke hier? Au! Ach du Scheiße. Was hat der für eine Knarre? Die will ich haben. Was? Und ich kann deren Waffen nicht nehmen. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Wow. Kommt doch bestimmt gleich einer zu mir, oder? Oh ne, der wartet da. Der hat einen Helm. Hatte einen Helm. Boah, die schießen echt gut auf dem Level. Heidewitzka. Der hatte eine Schrotflinde. Flinde? Ne Flinde, Alter. Entschuldigung, nochmal kultiviert. Eine Schrotflinte. Wo ist denn eigentlich der Funkturm? Die müsste man doch kilometerweit sehen, oder? Ist das das? Wenn ja, wo laufe ich dann gerade hin? Ach, das ist der Funkturm. Es ist irgendwie zu ruhig. Viel zu ruhig. Finde Hinweise auf Junos Aufenthalter. Aufenthaltsort. Da bin ich jetzt noch voll an Bioshock gewöhnt. Was bist du denn? Möchte mich vielmals für diese Granate entschuldigen. Das war keine Absicht. War es tatsächlich nicht. Ich wollte nämlich eigentlich einen Wingstick werfen. Aber das war von meiner letzten Mission wohl noch auf Granate gestanden. Ne, was ich eigentlich zu Ende bringen wollte. So gedankentechnisch. Ich bin noch voll an... Wie ist denn das hier so dunkel? Ich bin voll an Bioshock gewöhnt. Wo man diese ganzen... Sammelkarte Richter. Wo man... Herrgott, ich kriege keinen Satz zu Ende. Grausam. Wo man diese ganzen Akten-Schränke und Schreibtische und Schubladen und so weiter alles ausraubern kann. Da bin ich voll dran gewöhnt und halt nach solchen Sachen auch echt ausschau. Äh... Gleite entlang der Zipp-Linie nach unten. Sagt mir mal, wo die ist. Da unten vielleicht? Ah... Au, Trigger. Ach, da oben ist jetzt... Ja, komm, da holen wir erst kurz unser Brumbrum. Können natürlich auch erst kurz die andere Mission erfüllen. Oder wie ist das? Passt mal auf. Wir hatten doch noch eine zweite Mission. Hier, Medikamente. Ach so. Nein. Quatsch. Repar... Ach, das war dieselbe Mission. Natürlich, Funkturm und Juno waren natürlich zwei unterschiedliche, ähm... Aufgaben. Du hast es geschafft. Geh zu Rector. Er erwartet dich bereits. Freut mich. Hey du, suchst du Arbeit? Oh, lass mich meinen Auftrag erst abliefern und dann komm ich zu dir. Hi Rector. Nicht schlecht, Fremder. Wusste gar nichts von den Mutanten. Trauen sich selten so weit raus. Hast dich gut geschlagen. Sprich mit Janice. Sie will wissen, was du gefunden hast. War ja nur ein Mutant. Nicht so schlimm, aber nette Wumme. Juno ist tot? Ich wusste ja, dass da was nicht stimmt, aber ich hatte gehofft, er würde wiederkommen. Die Guten sterben immer zu jung. Trotzdem, danke fürs Suchen. Hier sind deine Sachen und ein Rezept für deine eigenen Heilbandagen. Such einfach die Zutaten und mix sie zusammen. Äußerst hilfreich, wenn du mal was abbekommst. Vielen Dank und Hals- und Beinbruch. Rezepte. Du hast dein erst... Dein erste Bauanleitung erhalten. Da hätte jemand ein Lexikon statt einer Bauanleitung gebraucht. Um sie zu benutzen, öffne den Bauenbildschirm deines Inventars. Was er jetzt schon für mich getan hat. Okay, also braucht man Desinfektionsmittel und Stofflappen und daraus kann man Bandagen herstellen. Das macht Sinn, oder? So, bring die Medikamente zu Dan. Aber jetzt gehen wir erst noch zu dem lustigen Mann da unten. Ein Tipp noch, bevor du gehst. Diese Hügel wimmeln nur so von Banditenstämmen. Sind die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Aber wenn sie dich in ihrem Revier antreffen, bist du erledigt. Pass gut auf dich auf. Werde ich. Danke. So, jetzt gehen wir noch zu dem hier. Der Juno nicht mehr da ist, kann ich hier nicht weg. Aber die anderen Siedlungen müssen unbedingt vor den Mutanten gewarnt werden. Kannst du mir bei der Sache helfen? Mutantenalarm. Die Menschen müssen vor den Mutanten gewarnt werden. Nimm diese Signalmunition und feuere sie nördlich von hier, vom Hügel aus, ab. Der Werfer ist vor Ort. Er ist leicht zu finden. Aber beeil dich. Wir verschwinden bald von hier. Die Gegend hier wird langsam zu gefährlich. Wenn ich das Feuerwerk sehe, bezahle ich dir so viel wie Juno. Exzellent. Gut. Nimm diese Signalmunition und feuere sie vom Hügel aus, ab. Der Werfer ist vor Ort. Er ist leicht zu finden. Los. Geh zum Werfer auf dem Hügel und feuere die Signalmunition ab. Die Menschen müssen vor den Mutanten gewarnt werden. Nur kurz habe ich die jetzt, die Signalmunition. Ah, Signalmunition. Sehr schön. Alles klar. Machen wir doch schnell. Hast du jetzt was zu tun für uns? Hm. Das heißt wohl nein. Oder du? Mach's gut, Fremder. Danke. Gut. Was machen wir jetzt zuerst? Sollen wir erst die Medikamente abliefern oder erst das Signalfeuer abfeuern? Das Signalfeuer abfeuern. Welcher Job ist denn gerade aktiv? Bevor ich jetzt durch die Gegend gucke. Ah, der Mutantenalarm ist aktiv. Ja, das ist gut. 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 Weil wir jetzt ja auch direkt hier vorbeikommen. Ach nee, komm, dann holen wir uns erst unseren eigenen Buggy. Weil den kriegen wir ja als Belohnung für die Medikamente. Bin zu Hause. Sehr gut. Scheint die richtige Wahl gewesen zu sein, dich zu retten. Dir kann man vertrauen. Und ich stehe tief in deiner Schuld. Du solltest jetzt mit die R über den Buggy reden. Müsste in der Werkstatt sein. Alles klar. Und noch 100 Dollar. Vielen Dank. Die haben wir wirklich bitter nötig. Das Leben in einer Siedlung ist hart, aber Dan passt auf uns auf. Er weiß ganz genau, wem man vertrauen kann und wem nicht. Habe ich doch gern gemacht. So, dann holen wir uns doch jetzt unseren eigenen Buggy. Ui. Soll ich ihr nochmal Hallo sagen? Hat die was Neues für uns? Sei es wohl nein. Die ist langweilig. Ja, bitte. Alles klar. Dankeschön. Gut, dass hier so viele nett sind. Ah, jetzt kommen wir hier auch rein. Hey, Kollege. Dan sagt, du nimmst mir den alten Buggy? Äh. Ja, habe ich vor. Ist eine echt gute Karre. Braucht aber etwas Pflege und Ersatzteile. Die Pflege übernehme ich, aber die Teile musst du selbst besorgen. Johann in der Outrigger-Siedlung kann dir bestimmt weiterhelfen. Alles klar? Fehlende Teile. Dan sagt, dass du mir den alten Buggy abnimmst. Ach so, ja. Das ist ja wieder... Nur Wiederholung. Okay. Wir sehen uns, wenn du die Teile hast. Und das da darf ich noch nicht mitnehmen. Der Abschlepfung. Hm. Wir können auch noch ein bisschen Zeug verkaufen, wenn wir gerade schon hier sind. Hey, Kumpel. Willst du dir mein Zeug ansehen? Auf jeden Fall. Ich habe da möglicherweise was, das dir gefallen könnte. Hallo. Der hat ein Sturmgewehr. Wo hat er das jetzt plötzlich her? Hä? Gerade vorhin hatte er es nicht. Hat irgendjemanden überfallen? Ich kenne den doch. Den ollen. Äh, hier. Jetzt machen wir mal kurz Objekte verkaufen. Hm. Was haben wir denn? Wir haben bestimmt irgendwo unnützen Schrott. Wir haben keinen unnützen Schrott. Hm. Bedauerlich. Eigentlich. Nee, das da hole ich mir jetzt noch nicht. Dann mal hoffentlich bis bald. Da warten wir doch lieber mal. Vielleicht kriegen wir das ja durch irgendeine Mission oder sowas. Achso, jetzt muss ich ja doch deren Buggy benutzen. Mua. Super. Au. So. Moment. Wohin? Fehlende Teile? Nee, jetzt machen wir erst den Mutantenalarm fertig. Was? Okay. 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 Ach, hier waren wir ja auch schon. Ach, da ist der Werfer. Ich befürchte nur, wenn wir den jetzt hier abfeuern, so nah an einer, an einem Banditenunterschlupf, das sorgt doch bestimmt für Aufmerksamkeit, oder? Wow. Das war nicht mal ein Bandit, das war ein Mutant. Wow. Du verdammtes Mistvieh. Wow, den habe ich sauber geköpft. Okay, weg hier. Ich denke, das wird nur schlimmer.